So mein Lieber und damit ein Willkommen zu einer neuen Runde OMSI 2 auf Gladbeck Die Linie SB16 im schönen Nachtmodus Ist lang her und hab gedacht, machen wir mal eine schöne Strecke für den Stadtverkehr Und, oh, 9 Minuten, ganz gemütlich, Nachtschicht Oh, tja Ah, das finde ich natürlich auch sehr interessant Äh, Gladbeck, flüssiger, fähiger Patch Das ist das schon, das was man am Ende braucht So, noch schnell die Handbremse rein So, sieht's eigentlich mit Druckluft aus Ah, darf bald noch kommen Ah, perfekt So, ah, darf da alles passen Jawohl Dann fahr mal vor Warten wir von sofort Vor Gäste Ja, mit dem Nachtbus auf jeden Fall nachts unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall viel, viel besser Weil man das so, wie, quasi, ähm Probleme bekommt, so Moin Jo Jo Jo, hoppala Herzlichen Dank Herzliches Weiterempfehlen Das ist gerade mein Sensor da wieder eingefallen So Das können wir ja wegmachen So Minus ein Grad Ja, das ist ja wieder Ja, 13.33 geht's los Und, ähm Jo Der Ratzburg noch so früh So spät unterwegs Passt ja aber Falls hier des Videos erscheint Das wird nämlich dann die erste Folge am Donnerstag Wo ich dann quasi schon nicht da bin Aber Hoffen wir doch, dass das da Was wird bei dem schönen So Trubzap, ja Normalerweise fällt ja noch die SB Links davon Das ist nämlich das, was ich bei den meisten Probleme habe Aber hey Alles gut Man könnte meinen, wenn die Schrift da noch weg wäre Wäre es nur eine von den OEG Aus meinem Aus dem schönen Anheim So Das passt ja Madame Ich benötige eine Kurzstrecke bitte Ah, sicher doch So Die SB 16 Oder INE 16 Fiedbar Freihardstraße Badrup Zopp Eibler Und Bach Solidarkam Hafenstraße Friedrich Langstraße Gewerbe GmbH M1 Die Uni Die Berliner Platz Rathaus Essen Hauptbahnhof Jo Schöne Schnelle Fahrt Deswegen hoffe ich, dass das Ganze dann mitgeht Und jo Schauen wir mal Was da auf uns zukommt Dieser ersten schönen Nachfahrt Ja Stadtverkehr Relive 3 auf 25 Halb ja sonst nichts Besseres zu tun Aber ja So Hallo Doch Ah, hinsetzen will sich wohl keiner Das müsste ich doch wirklich keiner antun Ich habe ja schon vieles mitbekommen Da wo Sons of the Forest gezockt wird Vor allem Chris Grepo Zockt es aktuell Ganz stark Oh ne Hab da mal ein bisschen reingeguckt Also Spatz Spatz Ja Spaß wird es sowieso Machen Aber Vermischt Keine Ahnung Nicht wirklich Machen wir noch ein paar Minütchen So 1,5 Das heißt Wir können eigentlich abfahren Warten wir noch die 50 Sekunden Das nehme ich auch gerade vorne noch auf Anfahrt Dann geht es gleich los Noch unter Spätdienst Habe ich auch lange nicht mehr gefahren Fahr dann glatt weg Nächste Halterstelle Holle Straße Krieg schon grün Perfekt Sehr schön Ja Die Nachtfahrten hier auf Gladbeck zu verhandeln Oder generell auf Ruhe Ist immer schön entspannt Sehr schön entspannt Und dann schauen wir mal Was da Welcher dicker Fetter Busfahrer Heute noch kommt Den Armbegang Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen Ah Ah Wie ich so gesagt habe, dass ich mir entspannt werde, so Renatelle. So, weiter. Minus zwei Grad, irgendwie Schnee haben sie auch noch angekündigt, ha? So, weit links fahren, dass ich mal hier abrutsche. Klappen hier rechts. So. Na, ist schon gut. Na, mein Lieber, was geht ab? Alte Fahrzeuge, ich bin mir. Schön. Hört bei 18.4 auf, das ist schön. Dort ist gut zu wissen. Was ist gleich los? Das brauchst du noch bei der Pistalle da rein, kommst du eh. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt kannst du dich auch voll dir beginnen, ey. Berliner Platz. Ja, genau, du bist schon gut, ich darf auch mal alles durchfahren, ja. Ich bin ja eh mit der Verspätung. Da muss ich auch mal reinbekommen. Ja, da kann auch der beste Kaffee nichts dazu. Pshatung, Pshatung, Pshatung. Natürlich, jetzt kriegt die wieder Vorfahrt, ey. Ah, ich hasse die Linie manchmal. Das ist ja quasi Stress und sonst, ey. Pshatung, Pshatung, Pshatung. Was für eine Verspätung. Pshatung. Pshatung. Der rennt die Zeit weg. Das muss bestimmt Fahrplan sein, ey. Bus mit Nance. Bestimmt. Hm. Ja genau, Pferdorfer, lass den König durch. Rote Phasen hier, ey. Man, man, man. 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 Man, 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 man. Ich weiß, wenn da keiner mitfällt. Perfekt. Gut für uns. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. So ein Blitzer stehen. Der Fetisch. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. So, wenn ich gerade so konzentriert bin, aber ja, es gibt auch mal solche Videos, wo man einfach die Fahrt genießen kann. So, schauen wir mal. 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 So, schauen wir mal weg. So, schauen wir mal weg. So, schauen wir mal. 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 Das war's für heute. Ich bin mal gespannt, was ich da verdienen, ey. Ach, Mann. Nächste Halterstelle, Hornbach. Darauf kannst du einlassen. Der Horn steckt im Fahrplan. Der Horn steckt im Fahrplan. Das ist wirklich ein Ding. Komm, gib die 80 frei. Der Horn steckt im Fahrplan. 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 Heizen. So, noch einen kleinen Moment. So, weiter geht's. Gucken wir erstmal im Fahrplan. Dann hab ich mal ein bisschen was reingefahren bekommen. Nächste Halterstelle. Hm. So. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Und das ist der Horn steckt im Fahrplan. Ach, na super. Das ist hier echt ein Mist. Ich hab noch nie so viel Verspätung gehabt drin, ey. Das ist hier eine Wahnsinns-Hölle, ey. Ja, komm, schalt um. Diese Ampel, ey. Die werden sich freuen, die Fahrgäste, aber jetzt auch gleich gemeckert, ey. Okay. Okay. Und weiter jetzt. Grün haben wir. 20 Minuten. Öfter. Okay. Okay. Was ist denn da halt los, ey? Okay. 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 So, wenn ich noch 4 Uhr Schluss habe, komme ich eigentlich pünktlich an. Na, das ist der Grün. 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 Das ist der Grün.